So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Ja, bei Gothic fällt es jetzt gar nicht so auf, aber bei meinem parallel laufenden Dead Space hat man es sicherlich gemerkt. Ich war jetzt eine ganze Weile lang krank und konnte deswegen nicht aufnehmen, weil ich ansonsten äußerst verschnupft gewesen wäre und meine Stimme ging so tief. Ist immer noch ein bisschen angekratzt alles bei mir, aber geht wieder. Also ich denke, ich bin bereit für eine neue Aufnahme. Ich bin bereit und wir hatten ja das letzte Mal das Problem mit Alima. Wir sind sie nicht losgeworden. Tja, ich habe mal ein bisschen recherchiert und musste feststellen, das liegt einfach nur daran, dass wir schon zu Gonzales hinkommen. Dann kann man dieses Quest nicht mehr abschließen. Und das Blöde ist, mit Alima kann man ansonsten nichts anfangen. Und wir könnten jetzt natürlich eins machen, wir könnten sagen, warte hier, sicher, dann würde sie hier stehen bleiben. Das ist gut, aber es würde sie immer wieder während des Spiels, wenn wir dann weggehen, auftauchen. Alima wartet, Alima wartet. Und deswegen tue ich etwas, was ich natürlich normalerweise sonst niemals tun würde. Alima muss sterben. Äh, muss sterben? Das hat gut geklappt. Ich bring dich weg. Gut. Kann ich dich überhaupt umbringen? Kann ich dich umbringen, Mädel? Nee, scheiße. Geht gar nicht. Okay, das ist natürlich ein bisschen blöd. Warte hier. Sicher. Ja klar, bei Warte ist sie immer noch in der Gruppe drin. Das ist natürlich... Dann mache ich jetzt mal was, was ich normalerweise auch nicht tun würde. Ich cheate mal, um sie zu töten. Weil ich nicht die ganze Zeit dieses blöde Alima wartet unten stehen haben möchte. Ist jetzt zwar ein bisschen uncool im Let's Play zu cheaten, aber hey, ich mache es ja nur, um die wegzukriegen. So, zack, rein damit. Um den Cheat-Mode zu öffnen, müsst ihr übrigens einfach nur schnell genug Marvin eingeben während des Spiels. So, mit dem Accent-Circumplex könnt ihr dann das Menü öffnen und dann einfach nur Kill. Warum jetzt hier so oft Kill an der Seite steht, ich habe jetzt mir den Spaß gemacht und habe den untoten Feldherrn gesucht, der uns noch fehlt. Und dadurch keine Lust die ganze Zeit zu kämpfen, weil es schnell gehen sollte. Deswegen habe ich das da auch schon angewandt. So, nochmal Marvin eingegeben, damit es wieder raus ist. Wir wollen ja nicht cheaten. So, und dann gehen wir mal runter zur Oase. Denn ich habe mich noch, abgesehen davon, dass ich wegen Alima recherchiert und nach dem untoten Feldherrn gesucht habe. Ich habe übrigens wirklich gesucht, weil mir die Karte nicht viel genützt hat. Ihr werdet dann gleich sehen, wieso. Habe ich auch das Amulett zurückerobert, abseits der Aufnahme und das war in Ismaels Besitz. Wir hatten es wirklich verkauft. Wenn ich das mal kurz zeigen darf. Amulett, 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 Amulett. Amulett, es ist dieses Amulett der Magie. Ein stinknormales Amulett der Magie, ohne irgendwelche besonderen Kennzeichen. Das ist Hamids Amulett. Und genau das will Murat haben. Jetzt müssen wir ihn bloß mal finden. Murat, genau. Wir speichern mal vorher, weil ich glaube, dass man da aufpassen muss, was man genau zu Murat sagt. Bin mir aber nicht sicher. So, los geht's. Ich bringe Grüße von Hamid. Hamid, mein alter Freund. Wie geht es ihm wohl? Er macht gute Geschäfte und er schickt dir dieses Amulett als Geschenk. Hm, sehr schön. Das ist etwas ganz Besonderes. Aber, nein, ich kann es nicht annehmen. Du willst dein Geschenk nicht annehmen? Jedenfalls nicht, ohne auch Hamid ein Geschenk zu machen. Sehr gut. Hier ist Hamids Amulett. Lass uns über dein Geschenk verhandeln. Warte, du bekommst 500 Goldstücke aus dem Schatz der Oase. Hm, nein. Hm. Warte, nimm 1000 Goldstücke aus meinem persönlichen Schatz. Nein. Hm. Na schön. Ich mache ihm die liebliche Jasmin zum Geschenk. Ich denke, das wird ihm gefallen. Dann sei es so. Bitte sorge dafür, dass Jasmin unversehrt Muratul erreicht. Natürlich. Okay, wir haben Jasmin bekommen. So, komm mal mit, Schnecki. Ich bring dich weg. Gut. Dann dürfen wir jetzt nochmal die Reise durch die Wüste antreten mit Jasmin im Schlepptau. Dann haben wir es aber geschafft mit den NPCs, die wir durch die Wüste geleiten müssen. Danach werden wir uns nur noch um den Feldherrn kümmern und dann war es das eigentlich invariant. Jetzt fürs Erste zumindest. Weil wir ja einige Sachen jetzt noch nicht machen können. Und doch, es gibt etwas, genau das, ähm, ich hab mal nachgeschaut, beziehungsweise mir sagen lassen, wofür es alles noch Punkte gibt. Für die Assassinen, wofür es noch Rufpunkte gibt. Und das sind, ja, es ist halt, wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir Wassermagier oder Nomaden töten wollen. Ähm, die Sache ist, ich will nicht alle Wassermagier töten. Ich hab ja schon mich um die gekümmert, die ich nicht leiden kann. Höchstens Nefarius wäre jetzt noch auf der Freigabeliste. Zu Nefarius müssen wir übrigens auch noch, fällt mir grad ein. Äh, aber das reicht natürlich nicht. Wir haben noch ein Quest, das wirklich sehr, sehr viele Rufpunkte bei den Assassinen gibt. Und das ist die Befreiung der Oase vor Bakaresch von Nomaden. Ich wollte das ja eigentlich nicht machen. Ich wollte mich ja eigentlich für Bakaresch, äh, Quatsch, für die Befreiung von Bakaresch entscheiden. Die Sache ist aber, es gibt so viele Rufpunkte, es gibt 20 Rufpunkte für diese Aufgabe, äh, die Oase zu befreien. Deswegen überlege ich, äh, ganz stark, das doch zu machen. Zumal ich ja Knut und Ratsch nicht leiden kann, wie ich schon mal erwähnt hab. Für Ateras tut's mir leid und für Sinika, aber das ist natürlich dann ein bisschen doof gelaufen für die beiden. Hätten sie sich mal nicht mit denen zusammengetan. Wir können ja dann trotzdem noch, äh, später Bakaresch befreien, das ist nicht das Problem. Vielleicht mach ich das dann aber alles einfach auch nur später. Ich glaub, ich spare mir das erstmal auf und wir gehen erstmal nach Nordmar und werden ein bisschen stärker. Damit wir dann frohen Mutes hier schnetzeln können. Schau an, wenn das nicht die liebliche Jasmin ist. Eine hübsche Beute. Ich hör schon das Goldklimpern, das ich für sie bekomme. Das einzige, was du hören wirst, ist das Brechen deiner Knochen. Oh, Gold, wie praktisch. Sag mal, Alter, das wollte ich nehmen, bist du bescheuert? Geh mal zur Seite hier. Geh zur Seite! So, nehmen wir halt noch den Rest. Hä, das Gold ist doch noch da. Na gut, was soll's. Ich glaub, der erzählt auch nix mehr, wenn er jetzt wieder aufsteht. Nee, ist bloß ein stinknormaler Assassine, oder? Na komm, wir warten mal so lange noch. So lange kann uns Jasmin ja was vortanzen. Oder auch nicht. Dann tanzen wir. Oh, meine Knochen. Ich mache eine kurze Pause. Toll, das hat sich ja richtig gelohnt. Na gut, dann bringen wir Jasmin noch bei Hamid vorbei. Und dann können wir Morasul den Rücken kehren. Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. So, Hamid. Hamid, Hamid, Hamid. Hier drüben. Da steht er doch. So, mein Freund. Da kriegst du deine liebliche Jasmin. Komm, schneller, Alter. Gut. Ich hab dir jemanden mitgebracht. Die liebliche Jasmin. Endlich ist sie mein. Ich danke dir, Sohn des Mutes. Nimm das Gold und ich verbürge mich für dich bei Gonzales. Gonzales. Das scheint ja nicht viel gebracht zu haben, denn wir kriegen keinen Ruf in Morasul dafür, dass wir das gemacht haben hier. Na gut, was soll's. Ähm, jetzt in die Ruinenfelder. Wie ich bereits erwähnt hatte, wir müssen noch den untoten Feldherrn uns schnappen. Und dazu müssen wir in die Nähe des Tempels von Morasul. Denn es ist eigentlich tatsächlich so, normalerweise hätte Mardarion mit uns zusammen dort alles erwischen müssen, alle untoten Feldherrn. Aber einer von denen ist auf die grandiose Idee gekommen, sich von seiner Gruppe abzuspalten und woanders ein bisschen Stunk zu machen. Das werden wir gleich sehen. Ich hoffe, das ist jetzt so hier, wie ich's gerade eben beim Suchen hatte. Weil das war schon ein kleiner Moment, wo ich mir dachte, was zur Hölle? Also, das war ein bisschen merkwürdig. Wir werden's gleich sehen. Hoffe ich. So, Tempel, 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 Tempel. Da nicht. Da drüben. Irgendwo. So, ab in die Ruinenfelder. Wir können dabei auch noch ein paar Untote noch mit wegschnetzeln, wenn wir gerade schon dabei sind. Ich denke, das können wir noch verkraften, bevor wir dann aus Warrand weggehen, oder? Noch so ein paar für nebenbei, so für zwischendurch. So, und dann geht's ja für uns in Montana weiter. Ach, dieses Geruckel hier. Dann geht's ja für uns in Montana weiter. Wir müssen nach Gotha und wir müssen nach Faring. Diese beiden Orte müssen wir noch abgrasen und dann können wir auch noch schauen, dass wir noch ein paar andere Quests mit erledigen, die sonst noch so offen sind von früher einfach. So, das dürfte uns dann ja nicht mehr schwer fallen, die zu erledigen, weil wir ja jetzt ein ganzes Stück stärker sind. Sollten jedenfalls. So, wir haben nämlich damals, als wir hier waren, niemals geschaut, was nun eigentlich mit den befreiten Sklaven ist. Und nachdem ich hier stundenlang in den Ruinen gesucht und nichts gefunden hatte, bin ich einfach nur nah am Tempel vorbeigegangen und hörte Kampfgeschrei. Und da ist unser Freund, der Untote Feldherr. Die Sklaven sind nämlich immer noch am Buddeln hier. Und der Feldherr hat sich gedacht, wir stören die einfach mal und gehen mal drauf auf die Jungs. Ja. Und deswegen steht er hier ohne seine Mannschaft einfach nur so in der Gegend rum und man kann ihn einfach nicht finden. So, das war's mit dir. Also mit Merdarion zusammen jedenfalls. Ja, und damit hätten wir es endlich geschafft. Wir haben alle Untoten Feldherr besiegt. Du solltest jetzt gehen. Mach ich, mach ich. So, dann gehen wir nochmal zu Merdarion, würde ich sagen. Und nehmen dabei die Panorama-Route über den noch nicht freigeräumten Weg. So, das Geile ist, ich bin beim Suchen hier langgegangen und habe es nicht mitgekriegt, weil die da nicht rumgeschrien haben. Und später bin ich dann einfach nur durch Zufall nochmal hier langgekommen und habe jemanden gehört, der geschrien hat. Und da dachte ich mir, das kann nicht sein, weil du hier eigentlich schon alles freigeräumt hast. Ja, und da stand er dann in der Feldherr. So, wir haben hier nämlich noch ein paar Sachen freizuräumen, weil wir hier noch gar nicht lang sind. Ähm, das sind Snapper, das sind Untote, ohne Feldherr. Und das ist ein Feuergolem und der hat mir tüchtig zu schaffen gemacht beim letzten Mal. Mal gucken, wie es jetzt läuft. So. Außerdem geben Snapper immer schön viel Fleisch. Das können wir natürlich auch gerne einsammeln. So, ich muss jetzt nochmal gucken. Scheiße, der hat mich schon gesehen. Ah, puh. Nein, komm mal irgendwie rum. Ich will dich nur im Nahkampf bekämpfen, mein Freund. So, nochmal gespeichert. Ja, nochmal gespeichert. So, jetzt aber. Huch. Läuft alles tüchtig unrund gerade. Ist aber egal, da müssen wir durch. So, vielleicht kommt der Typ ja dann mal hier, der Feuergolem. Feuergolem? 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 Ne, der steht bloß da und ballert weiter in die Wand. Doch, jetzt kommt er. Okay. Nochmal gespeichert. Man merkt, ich habe ehrfurcht vor diesem Kerl, oder? So. Ne, 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 nicht du. Ach, Mensch. Das ist doch nicht euer Ernst. So, direkt auf den Golem. Ich will ihm keine Chance lassen, uns irgendwie anzugreifen. Denn der macht tüchtig Bäm. Wie wir ja bereits wissen. So. Jetzt geht das ein ganzes Stück entspannter mit den restlichen Konsorten hier. So, das Herz stecken wir uns natürlich noch mit ein. So, und dann jetzt noch die restlichen Zombies weggeschnetzelt hier. Das dürfte kein Problem mehr werden. Ja, ich dachte eigentlich, als ich hier langgegangen bin, jetzt hast du sie gefunden. Hier ist bestimmt ein Untoter mit dabei. Aber nein. Es waren nur, also, beziehungsweise ein Untoter fällt her. Aber nein, es waren nur sticknormale Zombies. Es war ein bisschen ernüchternd gewesen. So, mal wieder zuerst auf die Snapper. Schließlich sind die schneller als der Rest. Und können uns deswegen am ehesten noch hier Probleme bereiten, wenn wir gegen die anderen zuerst kämpfen. Ja, ja, ist ja... Hallo, ich hab doch nie getroffen, oder? Ist ja alles gut. So, aber zuerst auf den Snapper. Wie gesagt. Snapper. So. Es ist manchmal ein bisschen komisch mit dem Treffen oder Nicht-Treffen, weil er manchmal eigentlich die Gegner treffen sollte und es dann doch nicht tut. Ich weiß nicht ganz, was genau das soll. So, haben wir das weggeräumt. Hier drüben ist noch ein Snapper. Wir haben auch noch eine Ecke, wo wir eine Gruppe von Lurkern haben. Die würde ich jetzt aber einfach mal lassen. Wir müssen ja nicht jedes Vieh hier in den Ruinen weglatzen. Das ist ja auch nicht unbedingt jetzt unsere Aufgabe, nicht unbedingt zielführend. So, ich nehme jetzt bloß noch die drei mit. Und dann ist auch gut. Huch, wollte der mich gerade anspringen? So. Rüber ab. Los. Gut. Und der letzte noch. Und dann müssen wir noch das Fleisch einsammeln. Gerade fällt mir auf. So. Wunderbar. Ja, mit dem ganzen Kladderadatsch. Und dann können wir endlich nach Mertana aufbrechen. Nein, wir wollten noch zu Mertarion. Verdammt. Da war noch was. Ja. Ja.